Das ist der Berat Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst & Gartentechnik. Ich will euch heute einmal den Oregon Kombikanister zeigen und das passende Schneltanksystem, das Einfüllsystem und den Profi-Ausgießer. Den könnt ihr in verschiedenen Varianten haben. Haben wir einen transparenten Kanister, einen roten Kanister oder wie ihr es auch immer haben wollt, in großen oder kleinen Kanister. Vorteil von dem Schneltanksystem, ihr braucht es bloß bei der Säge aufsetzen und dann drücken. Mit Lüften kann man auch einfach runterziehen. Sollte man machen, wenn es heißer ist, dass kein Überdruck da ist. Und da läuft der Sprit einfach rein, bis das Gerät voll ist. Und dann hört es automatisch zum Laufen aus. Hat den großen Vorteil, ihr schüttet es damit nicht mehr über. Gibt es für Gemisch und natürlich für Kettenöl das gleiche Prinzip. Geht genauso. Oder man nimmt den Profi-Ausgießer. Geht natürlich auch. Der ist jetzt hier beim Öl montiert und da ist jetzt das Schneltanksystem montiert. Ihr könnt die Kanister einzeln bei uns bestellen. Ihr könnt es als Set bestellen mit verschiedenen Kombinationen mit Schneltank oder Profi-Ausgießer. Je nachdem, wie ihr das braucht, auch in verschiedenen Größen. Gibt es einen 3,5 Liter Kanister plus Öl oder in dem ist jetzt 5 Liter plus Öl. Je nachdem, wie ihr das habt und wie viel das hier macht. Ist halt sinnvoll, weil ihr dann nicht mehr so viele Behälter mit einem Wald auszunehmen müsst. Ihr habt halt ein Gebinde, wo ihr alles dabei habt. Ihr braucht keinen Trichter und nichts mehr mitnehmen. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das war wieder Bernhard Eschbäumer von der Firma Eschbäumer Forst- und Gartentechnik zum Thema Schneltanksystem. Einfüllsystem von der Firma Oregon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.